Wieder gegen Wasser. Komm, ne? Also wahrscheinlich die gleichen, ne? Alter, schau. Okay, komm, 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 komm. Oh, das ist mir geklärt. Das ist gut. Jetzt ist er nicht mehr geklärt. Komm, geh ran, geh ran, geh ran, geh ran, gut so. Oder auch nicht gut so. Oh, na was. Jetzt zeigt er mal endlich, was er tatsächlich kann. Das hat mich... Wow. Wow. Eine famose Aktion. Das macht mich immer noch ein bisschen fertig, eigentlich. Richtig traurig macht mich das. Der wird noch mehr auf dich zukommen, hast du das Gefühl. Ja. PP, nein, den will ich vorne nicht mit dabei haben. Unten, unten, unten. Pass um immer rund, unten, unten. Ja, so geht's auch. Okay, mach was draus. Ja, ist okay. Gute Einstatt. Finde es schlimmer, finde es schlimmer sein. Ja, zum Beispiel, dass der Ball plötzlich so wie ein Boomerang direkt ins Tor fliegt. Aber in uns, oder? Nee, der fliegt halt so ein bisschen... Zu Navas, er fliegt zu Navas. Und Navas wirft ihn ins Tor. Ja, wirft ihn ins Tor. So mit Absicht. Ja, gut, im letzten Spiel hat er ihn zum Gegner geworfen, von daher. Allzu abhängig ist es ja nicht. Ja. Ah, scheiße, Alter, ey. Ich hab keine Lust mehr auf ihn. Soll ich ihn auswixen? Ja, bitte. Aber du hast ihn auswixen. Ist mir scheißegal. Und wenn wir Cristiano Ronaldo ins Tor stellen. Scheiße. Diesen Wichser, diesen Flachwichser nehmen wir hier nicht mehr rein. So ein Pisser. Glaubt das nicht. Das hier ist jetzt auf 82 momentan. Ich geb einen Fick darauf, auf wie viel der ist. Und wenn der auf 12 wäre. Oh, fuck enough. Oh, nee, Mensch. Ach komm, das war jetzt gar nicht so schlecht von Navas. Philipp Lahm mit einem 1,10 Meter wäre besser im Tor. Ja, ich hab schon noch weiter gedrückt. Mit der Gegner. Okay, jetzt. Bei mir, wenn ich spiele, klappt alles immer super. Das ist ja mega zufrieden mit mir. Schön. Und mir hat er hier keinen Bock gegen dir. Mach dir Angst. Voll. Hey, komm, das war vor allem. Also, ich zumindest mal. Hätte ich gerne. Mal wieder ein frühes Gegentor. Wie ich schon sagte, ich heu ihn einfach mal um. Komm, mach was draus. Ich geb ihn dir und du machst ja auch nichts draus. Nie machst du was draus. Ich bring dich mal ganz nach außen. Nein, 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 nein. Na klar, doch, doch, doch. Scheiße. Ich bring dich mal ganz nach außen. Nein, 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 mach das nicht, mach das nicht. Ja, komm, das war ja nicht. Ich bring ihn nach außen, ich bring ihn nach außen. Oh. Es war ja nicht das Problem, Alter. Nee, das war nicht das Problem. Was war das Problem? Ich hab den Gegner gepasst. Das ist schlecht. Ja, natürlich, aber das hat ja nichts dran zu tun. Doch. Ja, ähm. Okay, mein Bildschirm ist schwarz geworden. Okay. Du hast gerade den Gegentor verpasst. Scheiße. Epson. Ist völlig egal, du hättest es eh nicht aufhalten können. Ich warte kurz auf dich. Okay, ich bin wieder da. Das steht 2-0. Cool. Es war aber ein schönes Tor für mich. Das muss ich echt sagen. Ja, wirklich, das ist aber richtig schön gemacht. Okay, wir müssen in der Abwehr konzentriert bleiben. Wir müssen zusammen angreifen, keine Grätschen oder so. Nein, 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 du musst rausheben da. Ja, weil ich bin gerade ein bisschen confused, weil der ganze Shit auf meinem Bildschirm, den Pfeil, mir wird schwarz, weil Epson irgendeine Kacke akzeptiert haben. Ja. PCs hassen dich, das weißt du. Ich weiß. Ja. Von daher. Nichts Neues. Oh, oh. Kacias, seine Aktionen haben sie nicht. Fuck. Also, erste Tor. Hätte da was verhindern müssen. Das zweite Tor habe ich nicht gesehen. War schön. Muss man sagen. Der steht im Abseits. Trotzdem, er steht im Abseits. Seid bitter. Jetzt war 10 Meter. Tor. Ich habe auch irgendeins Gefühl. Na doch, Navas hat bei mir auch schon, ich glaube, zweimal bisher einen Fehler gemacht. In FIFA. Aber insgesamt hält er viel besser als Passiers. Lass dir das einfallen. Zum Beispiel sowas. Ich habe aus Versehen, du hast Falsches getan. Ich wollte ja nicht nur... Das gibt Geld. Ja, komm, der war in der Kontosituation. Ich glaube, da hätten wir voll Probleme hergekriegt. Wenn ich jetzt einfach rot, also hier das rote Kreuz oben beenden drücke, ne? Zählt das dann trotzdem? Ja, von den Gegnern. Du könntest übrigens FIFA wieder groß machen. Was? 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 Du vergisst hier immer noch, dass ich das bin und nicht du. Drück Alt und Enter. Und dann wird es wieder groß. Oder Alt-F4 und dann ist es zu. Okay. Okay, Lug weg. Tja, Alex. Spielen musst du wegen zu wenigen Spielen werden dran. Dann wäre der jetzt reingegangen. Weißt du, was mal ganz lustig wäre? Mhm. Wenn du vor dem Tor mal keine Scheiße bauen würdest. Hahaha. Hahaha. Das war als erfrischende Apex. Hahaha. Hahaha. Shit. Bist du da voll immer so aufgeregt? Was ist das denn? Ja, klar. So, ich stehe jetzt schon beim Tor. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Komm schon. Setz dich durch, Junge. Fuck. Wait. Off. Nichts Konter hier. Sagen wir mal so. Ist anders geplant. Bedeutend anders. Also ich habe jetzt in vier Spielen, äh, in zwei Spielen, in zwei Spielen vier Tore geschossen. Und du? Ja, zwei Verursachen. Hahaha. Hahaha. Ist ja auch irgendwo nicht schlecht. Hahaha. Das muss man aber alles schaffen, ne? Mhm. Pass abseits. Sehr gut von mir aus. Das heißt, nun wird nicht mehr gezeigt in der Wiederholung. das kann es machen und so dass ich das länge bitte nicht ins eigene Tor der Fertigke so verliert er den es ist nur los mit dem Oh ja, der Boi ist am Ballen. Oh, fuck. Da läuft einer mit. Me, sorry. Oh, oh. Den musst du eigentlich machen. P.O.P. Bolled it down. Cool. Wo ging denn der hin? Verdammte Scheiße, Alter. Was hätte ich mal verursacht? Nein, hallo. Wir sind überlegen, Alter. Wir sind überlegen. Los, komm, geh mal her. Papa zeigt dir mal her. Bist du erstmal bei dir umgehauen? Sogar wir bekommen den Freistoß. Komm, spiele, 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 spiele. Und der versaut es halt. Ja, was soll ich denn da machen? Er kann es nicht machen. Er ist nicht versaut. Das geht nicht. Der Sitz ist ausgeschlossen. Ja, gut. Ja, komm, 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 lauf, 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 lauf. Gut. Gut. Scheiße, Alter. Nein, fuck, fuck, fuck. Komm, polizier. Unten, unten, unten. Nein, noch nicht da. Das ist nicht unten. Das ist oben. Das sagt mir nicht, was ich tun soll. Das sagt mir nicht, was ich tun soll. Ich versuche mir ein bisschen Mühe zu geben. Halbwegs gewinnen. Halbwegs gewinnen, ja, okay. Na, was verhindernst du dann? Na, was verhindernst du dann? Ich glaube, der wird von der Bank aufspringen und den Ball ins Tor lehnen. Geil, Alter. Oh, shit, Alter. Das war gut. Das war weniger gut. Das war viel weniger gut. Scheiße, Alter. Tuschis, Alter. Der hat noch Glück gehabt, dass er mal überhaupt wieder zuhört. zurückgekommen ist. Was machst du denn? So geht das. Ganz unten stehe ich. Unten. Scheiße. Damit ich ihn dann fassen möchte. Du hast dir wahrscheinlich in unsere Tor geschossen. Ja, natürlich. Das war ja mal gar kein Problem für den Tor-E-Top. So geht das nicht, Jani-Havi. Der war im Aus. Schnugelchen, Schätzelein. Das geht's noch nicht. Ich dachte, du gehst da halt mal ran oder so. Das ist ja. Das ist uns du. Kassias schwebt durch den Strafraum. Fern von jedem Gegenspieler und den Ball. Springt einfach irgendwo hin. Einfach mal springen. Wird schon passen. So, auf gut Glück. Guter Torhüter. Ist das so ganz erstaunt, wenn er mal den Ball berührt. Ja, so. Fuck, was war das? Was? Der ist ausgerutscht. Der ist ausgerutscht, genau. Schön Ball geworden. Oben Ronaldo. Komm, komm, gib ihm. Gib ihm, gib ihm. Das war nicht gut. Er muss viel früher kommen. Ich will den, 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 ich will das zu drehen. Pff. Oh, Mann. Oh, shit. Oh, ey. Ich weiß nicht, doch ein bisschen zu sagen. Oh, fuck. Gut, das ist jetzt. Oh, okay. Warte, 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 warte. Ich kann da ganz nah rankommen. Schön, Phil. Auch nicht. Ja, das wäre schön gewesen. Das ist schön. Nee, das ist nicht schön. Ronaldo kriegt es nämlich nicht gebacken, um den Ball zu stoppen. Nee. Der ist ja auch nur der tollste Spieler. Na, Bailey ist ja mittlerweile der tollste. Echt? Chance für mich. Es kann was werden. Oh nein, oh nein. Feierklar. Ich kriege das nicht gebacken, Alter. Nein. Jetzt nicht nach außen, ne? In die Mitte, schön. Zum Elfmeterpunkt hin. Okay. Wir sind ein bisschen früh hochgestiegen. Gut so. Oh, wie er mich schubst. Hab ich gesehen. Ganz oben. Oder halt so. Ganz oben steht nur Ronaldo frei. Damit du ihn verkackt hättest. Ja, aber ich will auch mal was verkackt. Das verkackt, dann dauert alles. Du in dem Spiel auch ein bisschen. In dem bisschen. Ich hab natürlich einen Tor gemacht. Na, da kam ein Ticken zu weit. Aber du bist noch dran. Mütig? Nein! Schieß doch! Mach doch! Schieß doch! Mach doch! Ja, echt! Oh, shit! Boah! Ja, komm, wir haben eh verloren. Woher denn verloren, Alter? Mal fünf Minuten, zwei, eins. Ja. Und dich? Ja, und? Ich leg dir die Chancen ja hin. Wie offen präsentiert er sich hier. Das ist eher so. Also, nee. Also, nee. Einfach mal so ein Nein. Ja, es war gut gehalten. Schön. Sehr gut. Gerne. Komm schon, der Pass. Los, 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 los. Okay, Ron, Alter. Verkackst nicht? Oder verkackst doch? Na auch. Was? Ja, tut mir leid. Ich hab mich veräulen lassen. Das darf ich nicht. Selber Schulte prüfen. Ja, genau. Absolutes Foulverbot hier. Ja, deutlich drüber. Komm, 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 komm. Tempo, 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 Tempo. Ja, ich schieße nach vorne los. Ja, mach ich eh. Ich kann jetzt endlich mal abpfeifen oder gar nichts mehr machen. Komm schon, gib den Pass. Komm, 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 komm. Nach vorne. Hau ihn durch. Boah, das lief doch gut. Phänomenal. Ich glaube, Jesus Navas. Der spielt eigentlich für Barcelona. Du kannst mir übrigens noch mal das zweite Tor anschauen, wenn du willst. Nee, doch. Guck, wir können nicht mal absteigen. Ist doch auch schön. Cool. Bis zum nächsten Mal.